Woooo! Everybody dance now! Au! Bau! 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 Gut, ich bin wieder Shazza of Dritten of Rife und das ist Let's Play Super Mario für uns ein Zeich! Und ja, ähm, ich bin zurück aus meiner Pause, wie ihr ja gemerkt habt. Wohl schon, wenn ich mal habe, Badezerstörung! Und ja, ähm, was soll ich noch sagen? Ähm, ich hab mein Herz wieder auf meinen Schultern, weil ich glaub, das führt doch... Ach ja, Toad! Hallo! Mit dir haben wir noch gar nicht geredet, du kleiner Spacko. Ich will mit dir reden! Hallo! Arschloch! Ey! Ich rede mit dir! Hallo? Geht doch! Freu mich, dass du siehst, die Prinzessin... Ja, ähm, uns interessiert euch gar nicht, was der sagt, weil... Manchmal gibt er uns einen Stern, aber der ist ein Arschloch, deswegen trete ich ihn ins Gesicht. Ja, ähm, ich hab ein Herz wieder auf meinen Schultern, weil ich glaub, das kommt immer zu leichten Störgeräuschen, wenn ich's auf meinem Tisch liegen habe. Jetzt muss ich also auch erst mal gucken. Also, wir haben da eine Mission, geheime Sterne, das haben wir komplett. Piratenbucht, das... Das ist, glaub ich, jetzt die rote Münzen-Attacke. Bilberberg, da kommen noch ein paar. Und so viel haben wir eigentlich gar nicht mehr. Ich glaub, ich nehm jetzt erst mal Rache am Pinguin. Rache! Pinguin-Rache! Oh, aber... Ja! Das meine ich! Das meinte ich! Mein Headset geht dann immer flöten, wenn ich's um meinen Hals habe. Ich darf mich auch so gut wie nicht bewegen. Es ist behindert. Ich brauch irgendwie... Es ist behindert. Ich darf meine Schultern nicht bewegen. Schlimm ist, ich hab so breite Schultern. Ey, Mann, das ist echt behindert. Ja, 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 du Behinderkopf. Leck mich doch. So, wir geben ihm einen kleinen Vorsprung, denn wir holen ihn jetzt eh wieder ein. Nio, mit Vollgas an ihm vorbei. Power Position! So, ja, diesmal werde ich versuchen, das Ganze zu schaffen. Oh, ja, du, ey, du drehst immer voll ab, ne? Du dummer Pinguin. Ja, längst an ihm vorbei. Was sagst du nu? Nein! Schön auf die Bremse gegangen. Das ist wichtig, Leute. Lernt bremsen. Dann dafür habt ihr sie, um zu bremsen. Und jetzt, wo hier eh wieder Wände sind, kann ich auch Gas geben. Außer, ja, geschafft. You fail, Pinguin. You fail. You fail. You fail. Fail. Fail, Pinguin. Fail. Pinguin prügeln. Pinguin. Okay. Du hast mich geschlagen. Das kann doch nicht wahr sein. Du bist der größte Schlinderweinster, den ich kenne. Ne, Goldmedaille. Ja, gib her. So, und jetzt will ich nie wieder was mit dir zu tun haben, du Mistvieh. Ich will nie wieder was mit dir zu tun haben. Nie wieder. Here we go. Ja. Pinguinrache. Eiskalt. Leben. Gehen wir nochmal rein. Ich glaube, jetzt kommt die rote Münzen-Geschichte. Oder? Ja, für die acht roten Münzen. Ich kann mich nicht mehr erinnern. Wo waren sie alle? Hier ist eine. Die ich nicht erwische. Gut, hab sie. Gut, ähm, war hier noch eine? Nein, das ist eine Teleporter. Das weiß ich noch. Au. Ich wollte da hoch. Dich opfer ich auch irgendwann nochmal. Ähm, hier was bei meinem Kollegen? Ne. Dann fahren wir nochmal runter. Und gucken nach. Ey, ich find's ernsthaft. Ich find's, ich find diese Aufnahmemethode mit Headset um den Hals scheiße. Weil es verrutscht dann dauernd bei mir. Ist jetzt schon wieder da unten. Das liegt, glaube ich, an meinen Schultern auch. Ah, hier haben wir was für die Münzen-Challenge. Hier müssen wir nachher hin und uns den Stern abholen. Nein. Hier geht noch nicht lang. Ich geh da später lang, weil ich weiß, dass da hinten noch Münzen sind. Deswegen gehörst du da hin. Wow, nicht sterben. Keine Sterbung, Mario. Heute fällt Sterbung aus. Hat man dir das nicht gesagt? So, damit hätten wir schon zwei. Auch wenn Leute sagen, die sollen runterkommen. Mir egal. Hm. Stopp. Ich weiß, dass irgendwo sind hier... Ah, nee, das ist ein Leben, glaube ich. Yep. Leben. Aber das nehme ich immer wieder gern an. Ich glaube, ich nehme das Headset doch wieder auf den Tisch. Ich bin ehrlich, es mag sein, dass es jetzt vielleicht besser klingt. Aber ich kann so nicht aufnehmen. Das... Es nervt. Weil ich komme... Aua. Es verrutscht einfach andauernd. Wow. Shit. Es hätte mal funktionieren sollen. Funktionieren sollen tun. Da haben wir noch eine. Wuhu. Ja, wir stecken im Schnee. Aber durch schnelles A-Drücken kommt ihr wieder frei. Und wenn ihr Leuten aufs Maul haut, dann verliert ihr Energie. Nee, dann kriegt ihr Münzen und Mario ergeilt sich ja immer an Münzen. Wissen wir ja. So. Fünf Minuten schon. Super. Super doll. Und hier haben wir eine. Und hier haben wir eine. Und hier haben wir eine. Nummer vier wäre das. Hier hinten ist noch eine. Ja, dich erinnere ich mich genau. Aber die habe ich immer gern gestorben, weil ich zu weit gegangen bin. Da haben wir die Pinguin-Hure. Nein. Leck mich. Verpiss dich. Dein kleines Gör. Das habe ich von deinem Gör. So. Okay. Also hier ist noch eine. Fehlen noch zwei. Ich glaube, ich weiß, wo die sind. Ich frage mich jetzt nur, wie ich da hinkomme. Ich muss diesen Ort wiederfinden. Am besten, ich gucke mich mal so um. Wenn ich was sehen könnte. Kann ich aber nicht. Ich kann nicht sehen. Das ist schlecht. Dabei müsste ich was sehen. Ähm. Nee. Da. Oh. Oh, oh, oh. Ah, hier ist noch eine. Okay. Okay. Und die letzte ist da oben. Warte, ich zeige es euch mal. Da. Wo die Box ist. Da muss ich hin. Äh. Jetzt stellt sich mir die Frage, wie. Ähm. Ich glaube, ich habe eine Idee. Okay. Okay. Jetzt muss ich irgendwie an dir vorbei. Ich will diesmal nicht schon wieder Energie verlieren. Verlern. Verlern. So. Und du auch, du kleiner Schneemann Terrorist. Komm. Bewege deinen Arsch hier weg. Move your ass. Oh. Wieso macht mir ein Schneemann überhaupt Schaden? Das doesn't make sense. Verlerns. So. Nutzen wir das hier mal. Ah. Fehlversprechungen. Okay. Ich versuche rüber zu kommen. Ja. Geschafft. Au. Okay. Wuhu. So. Ähm. Komm ich von hier dahin? Ähm. Äh. Autsch. Das tat weh. Au. Nein. Böser Schneemann. Böser Schneemann. Und ich komm nicht wieder hoch. Ach. Mano. Ich hasse es, wenn ich weiß, wie ich da hinkomme, aber nicht hinkomme, wie ich hinkommen will. Äh. Was auch immer. Benutzen wir mal den Teleporter hier. Jetzt seht ihr den auch mal. Jetzt ist die Frage, wie komm ich da hin? Wo ist das überhaupt? Kann ich das irgendwo mit der Karte sehen? Nee. Wieso hat das Spiel keine Karte? Das find ich lame. Ähm. Das müsste auf der anderen Seite sein. Oder? Ah. Nein. Jetzt. What am I doing? Gut, dass wir hier keinen Fallschaden nehmen, aber ich seh nix. Das ist schlecht. Mario Perspektive. Und. Ja. Gut. Gut, dass wir im Schnee keinen Schaden nehmen, sonst hätte ich jetzt ein Problem. Hm. Where is that shit? Hm. I've got real problems. Ich glaub, das... Ich bin mir jetzt grad nicht sicher. Ich könnte jetzt auch ein Arschloch sein und einfach meinen Spieleberater rausholen, den ich hier neben mir liegen hab. Na, nicht neben mir, aber der liegt irgendwo hier in meinem Zimmer. Ich glaub, bei meinem Nachtschrank irgendwo. Das ist so meine Nachtliteratur. Nee. Sowas lese ich in der Regel nicht, aber ich hatte immer noch denselben Spieleberater. Ich glaub, ich hab... Ja, ich hab sogar denselben Spieleberater wie Ali. Nur, dass ich meinen nicht zerrissen hab. Wie soll ich da hochkommen? Und... Geranimo! Ähm. Ja. 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 Ist das überhaupt irgendwie schaffbar? So um die Ecke zu springen? Ich glaub nämlich nicht. Ja, doch. Hahaha. Game ausgedreckst. So, das wäre Nummer 5. Äh, Nummer 8 meine ich. So, jetzt gehen wir wieder zurück und holen uns unseren wohlverdienten Stern. Nee. 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 Mein Headset ist schon wieder am Arsch der Welt. Das ist auch super. Ich will jetzt noch schnell den Stern haben. Den möchte ich jetzt noch haben in dem Video. Sonst gebe ich keine Ruhe. Sonst gebe ich keine Ruhe. So, zack Okay, okay, okay Jetzt schnell noch den Stern einsacken Und Bingo Here we go Bis zum nächsten Mal, see ya Leute